So, wir sind Glitzerhaus, wir sind jetzt da. Video drehen, Break the Chain, Making Off. Wir sind hier beim Cranberry, erst in Stellung, erst ins Shooting. Unsere Regisseurin Annette ist jetzt noch an der Stelle von der Kamera, bald was los. Wir freuen uns sehr gross drauf. Das Wetter spielt mit. We have good weather. Good weather, good weather. Und es geht um, sag mal deinen Button. Es geht um den Button, ich komme gerade. Rate the Chain. Danke. Wir sind im Aerosol, kurz in Pause. Oh, hallo Spiegel, Michelle ist hier gerade noch am Bart anschneiden, damit morgen ein schöner ist. Michelle ist ja so schön, Annette. Annette verspiesst ihr jetzt vier ein, super. Und Bruno? Ausgestattet, ich bin fast nur so wenig als der Mann raus. Okay, sehr gut. Du Mörder! Du Mörder! Du Mörder! Du Mörder! So, wir sind an der Badener Strasse, hinten dran ist gerade der Hausmann. Hausmann! Es hat inzwischen ein wenig geregnet, aber nichtsdestotrotz. Und man sieht, der Verkehr hier ist recht gut. Ich gehe jetzt einmal zu Annette, was sie da so macht. Ich sehe jetzt Annette, die da am Vorbereiten ist mit der Kamera. Und das macht sie super. Also es wird ein mega interessantes Hintergrundbild da. Uh, Jogger! Thank you! Genau! Und die Stimmung nach wie vor blendend. Ja! Nachher gehen wir ins Renaissance, ins Town Hotel. Genau! Und dort wartet ein paar Autos auf euch. Bis dann! Tschüss! So, wir sind jetzt da vorne. Wir sehen es hier oben dran. Ups, andere Richtung. Renaissance! Wie heisst es richtig eigentlich? Renaissance Zurich Tower Hotel. Ah, okay. Sehr kompliziert, kann man das nicht merken. Meine Hirnzellen! Also, das ist die letzte Location für heute. Ups, ich muss mal schauen, dass das ein bisschen im Bild ist. Ist die letzte Location für heute. Und Annette ist jetzt gerade am Einrichten der Kamera. Und es gibt nachher noch einen Autokonvoy, damit etwas los ist auf dem Platz. Und ihr seht nachher dann auch noch eine Suite von ihnen. Und ich kumpe noch runter. Kumpfst runter? Ja. Ehrlich? Wow, ein Basejumper auch noch. Also bleibt dran. Tschüss! So, liebe Annette. Alles eingestellt und schon am Filmen. Ich zeige euch jetzt mal, was man da durch die Kamera durchsieht. Wenn ich es dann finde. Uh! Dann noch mal winken! Super! Und ab! Wunderbar! Danke vielmal! Winket, winket! Winket, wink, wink! Winket Wir sind jetzt in der Suite vom Renaissance Tower Hotel. Ui, jetzt hast du aber ein bisschen spicken. Ich zeig mir jetzt das Bett. Das Bett, wo du schlatsch gemacht. Sehr schön, ich schlafe den Stuhl. Es sieht sehr gemütlich aus, also ich könnte jetzt schon ohne wicken. Obwohl wir jetzt noch etwas zu tun haben. Ui, jetzt sehen wir mich sogar noch im Stiergelbild. Und das ist Ayşe, Ayşe kommt aus Arabien. Ayşe kommt aus Napoli. Jetzt haben wir das Licht ablöschen. Okay, ihr habt es gehört. Annett hat gesagt, das Licht löschen will. Wir filmen die wunderbare Aussicht an. Oh, wir sind Licht löschen. So. Woohoo! Wohl! Die Gäste! Wooo! themik Weiße CAN Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020